Der Seniorenbeirat, das vom Stadtrat berufene Gremium für die Belange älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger arbeitet überparteilich und überwachtlich generell. Herr Nischberger, ich sage Ihnen im Namen der Stadt Rosenheim und der Frau Oberbürgermeisterin ganz herzlich zum 90. Geburtstag. Herzlichen Dank. Rund 25 Prozent der Einwohner der Stadt Rosenheim sind über 60 Jahre alt. Die sich ständig nach oben verändernde Altersstruktur macht es Notwendig, dass die daraus entstehenden Anforderungen in das Gemeinwesen integriert werden. Der Seniorenbeirat bilden elf stillberechtigte und elf stellvertretende Mitglieder. Sie sind die vom Stadtrat berufene Bürger und Bürgerinnen der Stadt Rosenheim. Unsere Bürgersprechstunden sind jeden ersten und dritten Montag im Monat in der Königstraße 15. Auf Wiedersehen.